Musik Musik Lalalalalalalala Musik 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 Guten Morgen oder Mittag. Wir haben 12 Uhr. Irgendwie so ein richtig cooler Start in den Tag. Und irgendwie sind dann noch so ein paar Kilometer offen dieses Jahr. So 1.200 1.400 Kilometer. Und deswegen fahren wir heute einfach mal ein bisschen Fahrrad. Das ist ein geiler Arsch. Auf jeden Fall darf ich nicht so viel quatschen. Sonst hängt es nämlich komplett ab. Musik Wir machen heute eine Mischung aus Strecke und Gravel. Also mehr Strecke. Einfach mal um vielleicht doch noch die Jahresziele voll zu kriegen. Und... Es ist zwar cool Offroad im Weiteren zu ballern. Aber da brauchst du für 10 Kilometer auch mal 2 Stunden. Und eigentlich habe ich Maren nur dabei, damit ich mich nicht so oft verfahre. Wie fühlt man sich so mit fast 20.000 Kilometer im Jahr. Was? Musik 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 Also wie gesagt, heute sind es knapp 170 Kilometer. Wir müssen ein bisschen versuchen auf der Strecke auf der Strecke. Also wie gesagt, heute gibt es knapp 120 Kilometer. Ein bisschen Vorbereitung auf der Strecke. Ein bisschen Jahresziel. Und ein bisschen Schnee. Das Wetter ist eigentlich ziemlich geil. Ein bisschen glatt. Eigentlich suchen wir nur Kuchen. Äh, das schaffe ich glaube ich das ja. Weil irgendwie sind wir zu spät losgefahren. Warum auch immer. Ist das jetzt noch eine Rennradtour oder ist das ein Gravel? Das ist Gravel, aber Rennrad plus. So ein kleines Zwischenupdate. Wir sind gerade in Beelit. Haben 15 Kilometer auf der Uhr. Und ein kleines Ende haben wir noch vor uns. Macht's gut. Musik Musik Also irgendwie verstehe ich auch echt nicht, warum Leute am 12. Dezember bei 0 bis minus 1 bis 3 Grad drin fahren. Das Wetter ist doch so schön. Schön, oder? Schön, outside the street. Willkommen am Arsch der Heide. Wir haben knapp 80 Kilometer auf der Uhr. Das Wetter ist bezaubernd. Ich glaube wir haben Dezember. So, man sieht uns übrigens schon nicht mehr. Wir haben jetzt 100 Kilometer auf der Uhr. Es ist sommerlich arschkalt. Und wir haben noch 70 bis 80 Kilometer nach Hause. Schon schön hier. Wie man natürlich nicht sehen kann, regnet es. Also wenn das nicht festive Feeling ist, weiß ich auch nicht. Becker röhrig. 145 Kilometer. Leider schon geschlossen. 179 Kilometer. Irgendwie auch eine ganze Menge Regen. Nasse Füße. Meine Gripte-Brandschuhe sind übrigens nicht wasserdicht, obwohl es drauf steht. Aber ja, war ein cooler Tag. Ja. Und ich würde sagen wir sehen uns zum oder nach dem Festival. Ciao.